Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Leon Ring, zu meiner Rechten steht Max Schneider und zusammen sind wir die Gründer von Roomplan und möchten Ihnen heute unser Exist gefördertes Startup vorstellen. Zuallererst hier der Falk und der Dominik, beide Innenarchitekten und haben im Zuge von einem Auftrag die Aufgabe, von diesen Räumlichkeiten ein Grundriss sowie ein 3D-Modell zu erstellen. Dies müssen Sie zum einen, um Ihrem Kunden Entwürfe präsentieren zu können und des Weiteren brauchen die die Daten auch, um dann Angebote von Handwerkern einzuholen. Während Falk auf die herkömmliche Art und Weise mit Handlaser und Meterstab arbeitet, hat Dominik die neueste Technologie aus dem Hause Roomplan zur Hilfe. Roomplan arbeitet seit diesem März mit der zukunftsweisenden 3D-Tablets von Google. Diese neuartige Technologie wird zum Jahreswechsel auf den Markt kommen. Die einmalige Kombination aus handlichem Tablet mit integrierter 3D-Sensorik und der speziell dafür angepassten Roomplan-App ermöglicht das Erfassen von Grundrissen und 3D-Modellen in Echtzeit. Die so erstellten Grundrisse und Modelle können alle gängige Architektursoftware importiert werden und integrieren sich somit perfekt in den Arbeitsablauf der Innenarchitekten, Architekten und Makler. Die Roomplan-Technologie beschleunigt den Prozess der Grundrisserstellung und Innenraumvermessung um bis zu 90 Prozent, ist in wenigen Minuten erlernbar, bietet sofortiges visuelles Feedback in 3D und ist dank des handlichen und preisgünstigen Tablets 100 Prozent mobil. So, jetzt noch ein paar Worte zu unserem Geschäftsmodell. Nach dem Kauf von einem Quadratmeter-Paket kann der Anwender sämtliche Premium-Features nutzen. Das heißt, wir haben Mehrwerte in unsere Software eingebaut, wie zum Beispiel ein Mengenermittlungstool für Baumaterialien, wir haben einen Cloud-Service und wir haben noch ein Flächennutzungstool. Für Power-User haben wir zudem ein Abo-Modell implementiert oder wahlweise eine Flatrate, die genutzt werden kann. So bieten wir den Kunden ein höchstes Maß an Flexibilität und das bei voller Kostentransparenz. Als zweites Standbein haben wir ein Dienstleistungskonzept entwickelt, das wir in Deutschland über Partnerlizenzen vertreiben wollen. Unsere Zielgruppe besteht neben Innenarchitekten, Architekten, zudem aus Immobilienmaklern und Projektentwicklern sowie Handwerkern. Das heißt, unser Produkt richtet sich somit an den Markt aus über 500.000 potenziellen Kunden. Unser Team besteht neben Max Schneider und mir noch unseren zwei Masterstudenten, einer Bachelorabsolventin und einem Bacheloranten. Auf den Punkt gebracht heißt es, mit unserer Software wird unsere Zielgruppe schneller, flexibler und kosteneffizienter sein. Dankeschön.